Hallihallo zur neunten Folge von Und gut ist mit mir Arne und Felix. Hallo Felix. Servus Arne, herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu dieser Jubiläumsausgabe. Äh, cool. Wir reden heute über Ted Lasso, weil ich habe nämlich schlechte Laune gehabt, also so richtig schlechte. Ich bin Menschen begegnet, die offensichtlich nicht damit zurechtkommen, anderen Menschen zu begegnen. Und jetzt während Corona ist es für die noch schlimmer, weil da sehen sie ja noch mehr Leute und die haben mir schlechte Laune gemacht. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe Ted Lasso geguckt. Das ist eine Serie, die läuft auf Apple TV Plus und es lohnt sich allein für diese Serie, das mal einen Monat zu kaufen, weil diese Serie einfach so richtig, richtig gute Laune hat, macht. Auf jeden Fall. Ich habe die tatsächlich durchgeguckt, mehr oder weniger am Stück. Mehr, mehrere, mehrere Sachen. Also rein technischer Natur ist die fast so gut wie dieser Podcast hier, weil die sehr kurze Serien hat, also sehr kurze Folgen. Das finde ich total angenehm, wenn man das mal zwischendurch schnell eine oder auch wenn man vier Stück kann man halt dann auch am Stück schnell weggucken. Das sind dann irgendwie zwei Stunden, wenn das Ding nur 30 Minuten dauert und nicht so ewig lange Folgen pro Ende. Das ist mal rein technischer Natur, finde ich das sehr, sehr gut. Und dann ist natürlich die Story und dieser Typ Ted Lasso natürlich schon eine Bombe. Also das ist einfach ein sehr, sehr, sehr cooler Kerl auf menschlicher Ebene. Er ist sehr, sehr lustig. Er ist sehr selbstironisch. Was mich halt so beeindruckt ist, die grobe Story von dieser Serie ist ja, der ist Football Coach in den USA gewesen und kommt dann nach England, um da eine Fußballmannschaft zu coachen. Und er ist einfach wahnsinnig charmant und wohlwollend gegenüber allen und warm, warmherzig. Und das macht diese Serie so besonders, weil viele andere Serien, die haben unglaubliche Probleme und die versuchen dir irgendwie die Schwere des Lebens nahe zu bringen und so. Und das macht Ted Lasso halt auch, aber wahnsinnig charmant und sehr, sehr positiv. Also ich habe, ich kenne keine Serie, die positiver ist als Ted Lasso. Das ist fantastisch. Das ist ganz beeindruckend. Ja, es ist, ich finde auch, also das eignet sich auch so ein bisschen, um sich einfach nur gut unterhalten zu fühlen oder positiv unterhalten zu fühlen. Du musst es nicht hinterfragen, was da immer gesagt wird. Du kannst es ein Stück weit für dich hinterfragen, die Einstellung, die er hat, überlegen, ob die cool ist und ob du da was übernehmen willst. Aber du kannst es auch einfach so wegschauen. Also es ist jetzt kein Polit-Thriller, den du aufmerksam verfolgen musst, damit du die Story verstehst und super deep drüber nachdenkst. Das ist so ein bisschen wie die Simpsons, finde ich. Die Simpsons kannst du einfach gucken und dumme Witze mit halbnackten, besoffenen, biertrinkenden Humor Simpsons, der irgendeinen Scheiß macht. Du kannst es aber auch hinterfragen und den tieferen Sinn. Also ich meine, oftmals haben wir als Simpsons schon auch so eine zweite Ebene der Bedeutung oder keine Ahnung, wie man das richtig beschreibt. Das ist da vielleicht ein Stück weit auch möglich, aber du kannst es auch einfach wegschauen. Du kannst es auch nachzudenken, dich nett unterhalten lassen und auf eine positive Art und Weise ein bisschen lachen und dich aufgeheitert fühlen. Und ja, also ich mochte die sehr, sehr, sehr gerne. Wir haben das sehr schnell durchgeguckt und ich warte sehnsüchtig auf die Staffel Nummer zwei. Also ich will ja auf jeden Fall wissen, wie das Ganze weitergeht. Definitiv. Ja, es beeindruckt mich immer noch. Deswegen, ich überlege, ob ich das am Stück weggucken sollte, so wie ich das normalerweise mit guten Serien mache oder ob ich mir das aufhebe, für wenn ich mal schlechte Laune habe, dass ich dann einfach wieder Gute kriege, wenn ich so eine Folge Ted Lasso gucke. Ja, vielleicht gibt es bis dahin ja schon, also bis du dann am Ende bist, gibt es vielleicht ja schon, du bist ja eh spät dran, Staffel zwei. Dann kannst du da langsam, also darfst du vielleicht immer nur so eine am Tag maximal. Dann bleibst du ja auch dran, aber bist du zu schnell fertig oder so, weiß ich nicht. Ja, aber das liegt auch wieder an dieser Kürze. 30 Minuten sind halt auch 30, das geht halt schnell so. Das ist wie Simpsons auch, kannst du einfach durchgucken. Ja, richtig, richtig. Aber, also der Humor ist halt völlig anderer als Simpsons. Ich fände es schwierig, das mit Simpsons zu vergleichen. Nein, ich will es auch gar nicht mit Simpsons vergleichen im Sinne von dem Humor oder auch die Machart und so weiter, ist ja völlig anders. Was ich sagen wollte mit dem Simpsons Vergleich ist, die Simpsons kannst du weggucken, ohne drüber nachzudenken und dich an oberflächlichen, doofen Witzen erfreuen. Du kannst aber auch drüber nachdenken, was wollten sie jetzt mit dieser Fußnote sozusagen zwischen den Zeilen gelesen eigentlich mitteilen. Weil da ist ja schon auch sehr, sehr viel politische Kritik in den Simpsons und so weiter. Und das wollte ich vergleichen. Also du kannst es einfach doof wegschauen, super oberflächlich und fühlst dich gut unterhalten. Oder du denkst drüber nach und suchst diese Botschaften zwischen den Zeilen. Das geht auch. Da musst du dich halt drauf konzentrieren und ein bisschen am Ball bleiben, sage ich jetzt mal. Und das ist, finde ich, bei Ted Lasso ähnlich. Also das ist die einzige Übereinstimmung, was Simpsons und Ted Lasso angeht. Deswegen möchte ich sie nicht vergleichen. Aber die kannst du einfach weggucken und bist gut unterhalten und findest es lustig. Ich gehe davon aus, dass es genug Menschen da draußen gibt, die das auch total dämlich finden. Also das ist jetzt meine Meinung halt. Aber du kannst es super oberflächlich einfach weggucken. Oder du denkst ein bisschen drüber nach, was der so menschlich alles richtig macht. Und wie der das so macht, wie der mit anderen Menschen umgeht. Diese zwei Möglichkeiten hast du dort halt auch. Also zwischen den Zeilen ein bisschen lesen oder oberflächlich weggucken. Ist dort beides möglich. Und die ersten, also das kommt dann auch auf deine Stimmung drauf an. Bist du gut drauf? Hast du Bock, dich drauf zu konzentrieren? Willst du dich drauf einlassen? Dann machst du das so. Oder sagst du, nee, ich brauche einfach nur stupide Unterhaltung. Dann guckst du einfach weg. Ja. Ich finde einfach seine Lebenseinstellung so faszinierend, weil der einfach allem irgendwie was Positives abgewinnen kann. Das ist so beeindruckend. Also da kommen halt Leute auf ihn zu und beleidigen ihn, weil er einfach keine Ahnung hat von Fußball so und dann da Coach wird. Und das passiert ständig. Und er nimmt es offensichtlich keinem von denen übel. Und das ist einfach total beeindruckend. Das ist so eine stoische Weltsicht, dass er quasi das nimmt, was er hat und da immer das Beste draus macht. Und zwar so richtig, richtig stoisch eben. Also egal, was ist, einfach das Beste sehen. In allem, in allen. Das ist echt fantastisch. Also ich glaube, eine Szene als Beispiel, um das zu nennen, ohne zu groß zu spoilern. Also A, kommt die total am Anfang. Die hast du eh schon gesehen. Und B, nimmt man da jetzt auch nichts weg. Aber einfach, um das mal zu beschreiben, was du sagst, das ist sehr, sehr lustig. Weil wie du sagst, der hat ja gar keine Ahnung von Fußball. Er kommt ja aus dem Football. Und irgendwann verlieren sie ein Spiel. Und er checkt aber noch gar nicht, dass das Spiel vorbei ist, weil halt die zweite Hälfte vorbei ist. Und im Football gibt es halt vier Viertel. Und dann steht er halt so dran und sagt, ja, es macht nichts. Das machen wir in den nächsten zwei Vierteln wieder wett. Und dann sagen sie, nee, nee, das Spiel, ach so. Ach so, ja, dann ist es doof. Aber macht nichts. Ja, ja, genau. Also es ist sehr, 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 sehr gut. Ja, also großer, großer Fan. Und dafür lohnt sich tatsächlich. Habe ich nicht so wahnsinnig viel auf Apple TV Plus gefunden für mich. Diese ganzen anderen Serien, die sie da haben, die haben mich jetzt nicht so wahnsinnig gecatcht und interessiert. Aber die war, ja. Schnell durchgeguckt. Und, ja, ich kann es nur wiederholen. Also, wer die nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Ist wirklich wahr. Ich habe heute, ich habe heute, ich habe gerade gekocht. Was hast du gekocht? Nennt sich Kefta, ist ein marokkanisches Gericht. Auf Deutsch würde man es wohl mit Hackfleischbällchen in Tomatensauce beschreiben. Okay. Aber halt marokkanische Hackfleischbällchen in Tomatensauce. Sehr, sehr geiles Gericht. Das steht jetzt auf dem Herd und köchelt vor sich hin. Deswegen ist gerade perfekte Podcast-Pausenzeit. Und da habe ich das iPad neben mir stehen gehabt beim Kochen. Das mache ich, wenn ich länger in der Küche stehe, ganz gerne. Das iPad nehme ich hin und habe zufällig der Prinz von Bel Air geguckt. Eine Folge. Da habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. So als Revival da mal wieder reinzuschauen. Okay. Fällt mir nur gerade ein. Bezüglich guter Serien. Das kann man tatsächlich auch einfach doof weggucken. Sehr gut. Uns kann man nur doof weghören. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja. Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass wir, also so von wegen morgens beim Kaffee machen, uns weghören so ungefähr. Macht es denn einer oder schickt uns mal eine Nachricht, ein Screenshot vielleicht auf Twitter oder ein Foto, wo ihr uns weghört. So, das würde mich interessieren. Das würde mich auch interessieren. Wo hört ihr und gut ist. Und damit entlassen wir euch. Habt einen schönen Tag. Bis dahin. Bis morgen. Bis morgen. Ciao, ciao.